Auf einer Plexiglasscheibe sind symmetrisch um einen senkrechten Draht Kompassnadeln angebracht. Als Vorbereitung werden die Kompassnadeln mit einem Permanentmagneten in Unordnung gebracht. Im Anschluss fliesst ein hoher Strom durch den senkrechten Draht und die Kompassnadeln richten sich entlang der magnetischen Feldlinien aus. Das Feldlinienbild ist durch konzentrische Kreise um den senkrechten Leiter gegeben. Das Umpolen des Stromflusses sorgt dafür, dass sich die Kompassnadeln um 180 Grad drehen. Das Feldlinienbild entspricht nach wie vor konzentrischen Kreisen um den zentralen senkrechten Leiter.